Bist du schon da? Ja. Ja. Wo bist du? Äh, ich hör grad irgendwas runterfallen. Hi, oh Gott! Ich bin hier. Irgendwer verfolgt mich und will mich verprügeln. Ja, ich komm. Er läuft hier die Treppen hoch. Er kommt nicht hoch. Nice. Rauf da. Schlag ihn. Ist er tot? Oh, was hat er dir jetzt getan? Oh, shit. La puta madre. Hallo, ich will da mitfahren. Kann ich rein? Darfst du noch einmal am Tag Achterbahn fahren? Okay, dann mach's so. Komm doch so hoch drauf. Nein. Hey. Ja, genau so. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh Gott. Hey, du bist doch drauf. Ja, ich weiß. Du hängst auf mir. Hilfe. Hilfe. Das hört sich noch sehr viel Spaß an. Hast du davon? Das ist Karma. Fuck you. Das ist Karma. Nein. Nein. Nein, du. Nein, warte. Warte, nein. Nein. Oder was? Ähm. Irgendwie sieht das total schwul aus. Komm schon, Clemens. Du musst ins Bild gucken. Nicht ranken. Ja, das ist gut. Ja, warte. Mach das nochmal. Oh Gott, ja. Das ist perfekt. Warte, ich mach nur rein. Oh yeah, baby. Das kann ich leider nicht mehr zeigen. Warum musst du mal so hinter ihm stehen? Fuck you, Diggas. Warte, jetzt. Au. Au, au, alter. Ähm. Nice. Das ist ein schönes Bild, Clemens. Geh runter, sonst landet er nicht. Oh, ich kann nicht das Motorbike hin. Oh, ich kann nicht das Motorbike hin. Aua! Warte, warte, warte. Nicht füßen. Sonst geht mein Auftrag verloren. Hast du grad deinen... Please, clear the LZ. Clemens, geh runter, sonst landet er nicht. Jetzt konnte er ja nicht mehr landen. Warum? Weil... Ah. Komm hierher! Komm hierher! Verdammt! Holy shit! Sucked. Komm schon. Mach der Stange. Okay, kommt. Alle hier hoch. Nicht abschießen. Was passiert, wenn man mit Anlauf da drauf springt? Hast du doch grad gesehen. Ich hab voll die Stange in die Eier bekommen. Hallo! Fass auf! Fass auf! Woh! Woh! Ich lebe! Was habt ihr denn gemacht? Nehm, du hast ein Doppel Salto gemacht. Ja, ich hab's gesehen. Yes, ich lebe. Ich hab kein Damage genommen. Äh, was? Okay, ein neuer Versuch. Okay. Mit Anlauf. Ja! 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 Uuuuuh! Sei dumm! Oh Gott! Haha! Ich hab ne gute Idee. Keine Ahnung, ob sie gut ist, aber... So, da und wie ich jetzt die vier? Ja. Auf der untersten Stelle. Ich lebe jetzt zuzuwählen. Warte! Warte! Düreranimo! Oh yeah! Holy shit! Warte! Schaffen wir's dritts oben auf die Artenne! Mach Clemens hinter dir! Oh! Die ist mein ganzes Schloßdampf, der schon mal geflogen hat. Oh man! Versuch immer noch, um uns erst zu schaffen. Wo denn? Ich hab' dich! Ja! Ah! Der Motor! Ich kann uns alle was. Uuuuuh! Uuuuuh! Ich schieke das Auto gleich in die Luft, wenn wir oben sind. Please don't. Nein, ich hab' keinen Fallschirm! Diese Hupen sind meine Mercy-Schreie. Please! Es gibt kein Mercy. No! Die leid! What? Ah! Fuck, mich hier schlägt fast zu Heli! Warum steige ich aus? Warum kann ich nicht rein? Du hast keinen Zugang zum persönlichen Fahrzeug. Als ob das Polizeiauto ein persönliches Fahrzeug war. Wer ist? Was ist hier eigentlich los?! Es wurde! Oh man! Komm rein, los! F flieh! Was war das für eine Anreihung von einem komischen... Oh no! Ach, echt, Alter! Das ist mein scheiß Büro. Oh Gott. Der Tod, der Typ, der uns umgebracht hat. Oh Gott. Wo versuchst du über uns das dann? Hier. Ich hole dir mal Rotor an, Alter. Was ist da an der Monsters denn? Ja. Oh Gott. Ich hole dich jetzt auf. Ah! Wir haben's gleich. Alter. Dead Drift. Oh. Fast noch abgesoffen die Karate. Let's go! Oh yeah! Ja! Wir sind dann auch mal da, ne? Jo. Merk dir wo wir parken, Grisha. Alles klar. Merk dir wo wir parken? Das ist so geil. Und nochmal vier Kilometer. Und nochmal vier Kilometer. Also haben wir auf den Bauch nach. Äh, das ist so geil. Und dann Senf ist das ... Oh Gott. Das ist der Grund.